Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulationen. Ich bin CDB, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Der Lotus Patch ist endlich da. Wir haben haufe weiße Zeugs für Train Simulator, Train Simulator und natürlich Omsi ist auch mit dabei. Das alles mehr gibt es jetzt hier in den News. Und somit wurde ein neuer Patch für den Lotus Simulator veröffentlicht. Diese Woche erschien der Patch 1EA079 auch für alle Lotus Nutzer, welche nicht Lotus Nightly Build aktiviert haben. Folgende Dinge sind neu bzw. verändert. Neu in der Simulation sind die neuen Grafikeffekte. Dazu bitte die Option Post Rendering einschalten. Dieser Effekt sollte noch fein justiert werden. Wenn ihr also Anmerkungen dazu habt, teilt sie uns gerne mit. Achtung, bitte schaut euch den Content von euch an. Der leuchtet. Fahrzeuge, Straßenlaternen, Bushaltestellen, alles was Lichtquellen hat, schaut sie euch am Tag und in der Nacht an. Bestimmte Einstellungen müssen vielleicht angepasst werden. Wenn etwas merkwürdig aussieht, sagt bitte Bescheid und wir helfen gerne mit der Anpassung der Einstellungen. Dazu passende Optionen zum Einstellen der Intensität der Sonne hinzugefügt. LOD besonders bei 3D-Bäumen sind aktiviert. Feinjustierung muss noch durchgeführt werden. Es können jetzt bis zu 16 Scheinwerfer aktiviert werden. Das heißt Lichtquellen, die vom User-Fahrzeug aus die Umgebung beleuchten. Dieser Regler ist aber mit Vorsicht zu genießen, da die Grafikkartenrechenaufwand entsprechend heftig wird. Ein In-Game-Wecker und neue Simulationen im Multiplayer. Möglichkeit seine Gruppe direkt zu verlassen, wenn man sich in einer Gruppe befindet und einem anderen Spiel beitreten möchte. Der Uhrzeitfortschritt des laufenden Spiels wird jetzt gespeichert, sodass beim Reconnecten an der alten Position mit der entsprechenden Uhrzeit fortgefahren werden kann. In-Trims-Optionen eingeführt, da die richtigen Optionen bisweilen zu Problemen beim Öffnen während der Simulationen geführt haben. Performance des User-Boosts verbessert. Auch in der 64-Bit-Version wird man beim Anschließen eines neuen Game-Controllers gefragt, ob man ihn automatisch konfigurieren möchte. Die Uhrzeit verstellt sich um eine Stunde nach vorn nach dem Beitreten. Wenn Objekte mit der Maus bestätigt werden, können linke und rechte Maustaste voneinander unabhängig und gleichzeitig betätigt werden. Komplette Überarbeitung der internen Funktionen rund um das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Hotkeys aller Art. Neu im Map-Editor sind jetzt dazugekommen ein neuer Refresh-Button für alle Layer. Achtung, dieser ist sehr langsam. Ein neuer Bodentextur-Modus, Millimeterpapier, Englisch-Grid. Ab sofort müssen beim Bearbeiten Anlegen von Objekten und Linien aller Art die STRG-Taste gedrückt werden, wenn man gleichzeitig andere Elemente oder Helper auswählen möchte, zum Beispiel Aligns oder Snaps zu erzielen. Szenerie-Objekte können ausgeblendet werden. Knopf zum Einordnen der Ansicht. Es gibt aber auch Bugfixes, unter anderem im Map-Editor. Eine frisch geladene Karte wird nicht sofort als ungespeichert angezeigt. Gradient wurde auch beim relativen Fahrt angewendet. Neu dazugekommen im Content-Tool sind jetzt die dritte LOD-Stufe. Neue Berliner Gebäude, die DDR-Tropfenleuchte, hohe Doppel-Version, Berliner Bushaltestelle Q-Bus, etwas dickere Version des Standard-Haltestellen-Fonds, Flip-Dot-Anzeigen an die Spezifikationen im Lexikon angepasst. Und hier gab es natürlich auch noch einen Bugfix im Content, und zwar das Berliner Tarifsystem und die speziellen FIS-Dateien jetzt als Public-Domain gekennzeichnet. Ebenso gab es neuen Content, Content-Container von Pandemist, Jufa und Steven Wohn jetzt aktualisiert. Weitere Informationen dazu findet ihr im Lotus-Forum. Link ist selbstverständlich wieder mal in der Videobeschreibung. Wer letzte Woche nicht mitbekommen hat, es ist soweit. Am 29. Oktober ist endlich das Ganze da. Tramsim erscheint. Freut euch auf spannende Straßenbahntouren mit dem modernen FlexCity und taucht ein in das virtuelle Wien. Wird jetzt mit hochwertigen Texturen, einem exakten Höhenverlauf und vorbildgerechten Gleisgeometrie überzeugt. Jetzt schnell zur Wunschliste hinzufügen und den Release auf keinen Fall verpassen. Das Spiel ist ab dem 29.10.2020 im AeroShop sowie auf Steam für 34,06 Euro inklusive 16% Mehrwertsteuer erhältlich. Den Link dazu packe ich euch selbstverständlich in die Videobeschreibung mit rein. Auch RSSLO meldet sich mal wieder zurück und zwar mit einer neuen Strecke. RSSLO veröffentlicht einen neuen DEC für den Train Simulator 2021. Mit der Salzburg-Rosenheim-Route schließt sich nun eine Lücke zwischen Deutschland und Österreich. Neben obligatorischen Quick-Drives sind auch 10 Szenarien enthalten und die 90 Kilometer lange Strecke zu befahren. Für diese Szenarien wird das European Loco Asset Pack benötigt. Die Strecke Salzburg-Rosenheim ist ab jetzt verfügbar und kostet 29,99 Euro. Link selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ebenfalls ein neues DEC, welches natürlich schon länger bekannt ist, erscheint jetzt demnächst für die Train Sim World. Erleben Sie eine der einzigartigen Eisenbahnstrecken Englands und steigen Sie mit Train Sim World 2 Isle of Wight von Rivet Games an Bord. Des ältesten betriebsbereiten Rollmaterials des Landes. Es ist Ihre Aufgabe, die Wight Rail Züge entlang der Island Line zu bedienen. Der verbleibende Teil des Streckennetzes auf der Isle of Wight bewältigen Sie die Komplexität der Einhaltung des Fahrplans auch beim Betrieb auf eingleisigen Abschnitten. Egal ob Sie selbst fahren, mitfahren oder dem Geschehen zuschauen, erleben Sie alle Sehenswürdigkeiten und die Geräuschkulisse einer einzigartigen Eisenbahnstrecke. Die Strecke erscheint am 15.10.2020 für den Preis von 22,99 Euro. Ihr könnt die Strecke aber bis zum 15.10.2020 für nur 20,69 Euro vorbestellen. Und neuer Content für Zusi, denn hier wurde ein neues Modul angekündigt. Im Zusi-Forum geht es mit dem Modul Hamburg-Harburg echt flott voran. Da hat der Ersteller The Show 2006 von diesem Modul aktuell Bilder veröffentlicht, welche ihr aktuell hier sehen könnt. Weitere Informationen in der Quellenangabe, der unten in der Videobeschreibung drin ist. Alle Bilder, die hier gezeigt werden, sind vom Ersteller The Show 2006 aus dem Zusi-Forum. Das Ganze habe ich mir mal von SimNews mir mal schnell geschnappt. Dementsprechend schaut auch bei SimNews mal vorbei, denn dort sind auch immer die aktuellsten News. Auch Projekt Gladbeck meldet sich zurück, und zwar mit einem Bild auf Facebook. Rund 70 Gebäude und Objekte allein für das Umfeld des Hauptbahnhofs befinden sich aktuell in der Entwicklung. Ein wirklich riesiges Gebiet mit vielen tollen Gebäuden, die die neue Erweiterung zu Düsseldorf wirklich großartig macht. So heißt es aktuell. Link unten selbstverständlich wieder in der Videobeschreibung. Wir haben gestern über die OMSI-Webdisk berichtet. Solltet ihr das Video verpasst haben, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Hier geht es um die Umstrukturierung der Webdisk im optischen Sinne. Kurze Schließzeiten, neue Regeln, was Uploads angeht. Der Pfad Anfangspfad nicht mehr nur, OMSI 2 oder auch Unterordner sind jetzt erlaubt. Und es gibt jeweils zwei Umfragen. Deswegen solltet ihr das Video verpasst haben, schaut es da wie gesagt am besten mal rein. Video kam gestern, aber auch der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer News angekommen. Viel war nicht zu berichten, aber warum auch nicht. Es kann ja auch mal, es muss ja nicht immer irgendwas passieren. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich für all euren Support, den ihr uns hier gebt für unsere ÖPNV-News. Es macht immer wieder Spaß, das Ganze hier zu recherchieren und aufzunehmen und euch natürlich zu präsentieren. Wir freuen uns natürlich über neue Kooperationen. Wenn ihr natürlich was zeigen wollt, was berichten wollt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Nutzt dazu einfach unsere E-Mail-Adresse, nutzt dazu Discord oder sonstiges. Alles findet ihr bei uns ja irgendwo auf YouTube. So rum wollte ich sagen, ja, das ist, wenn man freispricht. Erfindet ihr natürlich alles auf YouTube. Da könnt ihr uns dann, egal wo, könnt ihr uns überall erreichen, falls ihr, wie gesagt, was zu zeigen habt. Sollten wir natürlich die News vergessen haben, dann tut uns das natürlich leid. Aber auch diese werden wir dann dementsprechend dennoch nachholen, falls es natürlich eine Wichtigkeit hat. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir uns zu den nächsten ÖPNV-News nächste Woche hier wiedersehen. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich, sage Tschüss Leute, bis denn. Ich bedanke mich, sage Tschüss Leute, bis denn.